hey freunde willkommen zum heutigen test heute ist eine wunderschöne f3 batterie im angebot wunderschön von videos her ich habe sie persönlich selbst noch nicht gehabt wir haben hier die tropic thunder hunter mit 67 schuss und mit 800 fast 10 gramm im gekauft habe ich sie für 45 euro bei pyro rob ist immer dauerhaft unten verlinkt ist ein f3 und jetzt mittlerweile auch f2 händler natürlich leider nur mit abholung aber ihr könnt ja trotzdem mal reinschauen und ja gibt es noch was zu der batterie zu sagen sie hatten integrierten fächer also es ist nicht nur gerader abschuss aber das werden wir gleich draußen alles sehen also freunde bis gleich draußen zu zündung jetzt kommt hier im test der thunder hunter es hat gerade angefangen mit regnen jetzt müssen wir uns mal hier unter das autodach stellen kannst du ruhig anzünden ja so Und jetzt geht's. also ich muss sagen für 45 euro ist das eine gute empfehlung macht's gut bis zum nächsten Video